Wir sind ja hier heute auf dem schönen Naturlandbetrieb von der Familie Mähmann, auf dem Obsthof Mähmann bei Hamburg. Und zusammen mit DM Bio und Naturland machen wir ein Event, das Green Dinner. Erst fangen wir an, eine Hoftour zu machen. Wir fahren durch die Obstbäume und schauen uns das alles mal an und erfahren mehr über Ökolandbau. Und später kocht dann der Bio-Spitzenkoch Tino Schmidt ein leckeres Drei-Gänge-Menü aus den DM Bio-Produkten. Unser Obsthof ist schon seit 250, 300 Jahren in Familientradition. Naturland war uns immer sehr sympathisch und dann hat sich das dann so ergeben, dass man dann in Gesprächen gesagt hat, ja dann machen wir das gerne. Wir produzieren für Naturland, Naturland kümmert sich um uns, es passt, es funktioniert. Wir haben wirklich ein ganz enges Verhältnis zu unseren Landwirtinnen und Landwirten, wie eben Jan. Es ist wirklich dieses enge Verhältnis, nah an den Bäuerinnen und Bauern zu sein, das ist für uns ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, macht das auch aus, dann so eine langjährige Partnerschaft. Und jetzt ist es eine perfekte Symbiose, Naturland und Mähmann, das passt super. Naturland hat über 1000 Partner in der Verarbeitung und im Handel. Und mit DM Bio haben wir schon seit 2016 eine ganz enge Partnerschaft, die wirklich sehr voller Vertrauen ist, mit dem gemeinsamen Ziel eben den Ökolandbau weiterzuentwickeln und auch immer mehr Leuten natürlich zugänglich zu machen. Also das ist halt für uns und auch für die Bäuerinnen und Bauern natürlich toll, wenn sie dann ihre Erzeugnisse in den DM-Bioprodukten sehen können. Fast alle Apfelprodukte, die Bio sind, Naturland sind, bei DM sind, die sind von Höfen wie unserem. Bio ist wichtig, weil es einfach umfassende Auswirkungen auf die Natur hat, die Tiere hat und dann auch uns Menschen. Es betrifft einfach so viele verschiedene Aspekte. Green Dinner in zwei Sätzen, das geht wirklich nicht, weil Green Dinner ist einfach die Vielfalt. Das ist einfach nicht nur ein ganz normales Drei-Gänge-Menü, sondern es ist wirklich ein außergewöhnliches Menü. Wir haben viele, viele Komponenten. Mein Verhältnis zum Essen. Ich würde sagen, das Essen ist meine beste Freundin. Genuss. Mein Verhältnis zum Essen ist totaler Genuss. Lecker. Ich bin zu Bio gekommen mit der Geburt meiner Tochter. Sie ist jetzt 20 Jahre alt und ich wollte ihr einfach einen gesunden Start und einen gesunden Lebensweg bereiten und da kommt ohne Bio sowieso nicht drum rum. Ich glaube, man beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr intensiv mit der Ernährung und demzufolge ist natürlich Bio das Nonplusultra. Dem Boden geht es besser, den Tieren geht es besser, den Menschen geht es besser. Also von daher, Bio ist nicht nur der Teller, sondern auch das, was dahintersteckt. Bio ist mir wichtig, weil die Qualität der Produkte, denke ich, in den Forderungen gehört. Bio ist wichtig, weil es eine zukunftsfähige Landwirtschaft bedeutet. Also DM Bio und Naturland passt einfach gut zusammen, weil Naturland steht für die ökosoziale Qualität von den Rohstoffen, von den Erzeugnissen und für die Verarbeitung und alles. Und DM steht eben für die Produktqualität und zusammen entsteht da wirklich eine schöne Partnerschaft und eben ganz tolle Produkte. Das war super, wirklich. Die Tour hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr informativ und das Essen war top. Sehr gut. Nein, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich war aber auch für alles offen. Ich hatte keine Ahnung, was auf mich zukommt. Hier mal so hinter die Kulissen schauen zu können und dann auch noch mit so einem schönen Essen und so einer schönen Atmosphäre abzuschließen, war total schön. Ja.